Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von SMART. Mein Name ist Samuel Preutz und auch in diesem Jahr 2021 wird es eine Neuauflage des SMART Tischtennislehrgangs geben. In den letzten beiden Jahren waren die Lehrgänge bereits ausgebucht und jetzt gibt es noch mal die Möglichkeit sich unter professionellen Bedingungen auf die neue Saison vorzubereiten. Der Lehrgang findet am 31.7. und 1.8. in Heuchelheim statt, also am Wochenende Samstag und Sonntag. Wir sind wieder in der gleichen Halle wie im letzten Jahr, haben also viel Platz und wirklich gute Tischtennisbedingungen. Dich erwarten eine motivierte Trainingsgruppe, viele motivierte Teilnehmer aus ganz Deutschland, gut ausgebildete Trainer, eine Menge Spaß und ein wirklich cooles Tischtenniswochenende. Wir werden alle Aspekte des Tischtennissports thematisieren, wir analysieren dein Spiel, wir geben dir Tipps, wie du deine Schlagtechniken verbessern kannst und zeigen dir, wie du dich einfach weiter im Tischtennis verbessern kannst. Und zu guter Letzt hatten wir bei den letzten beiden Lehrgängen in den letzten Jahren auch wirklich eine Menge Spaß dabei. Der Lehrgang ist geeignet für alle, die sich auf die neue Saison vorbereiten möchten und für alle, die einfach mal unter professioneller Anleitung trainieren möchten und einfach ein gutes Tischtenniswochenende verbringen möchten. Der Lehrgang ist auf 16 Teilnehmer begrenzt, damit wir die Qualität auch entsprechend hochhalten können. Für alle diejenigen, die von weiter entfernt anreisen und eine Unterkunft benötigen, gibt es ausreichend lokale Hotels hier in der Nähe. Hier werde ich aber auch unterstützend zur Seite stehen. Die Übernachtung ist nicht in der Lehrgangsgebühr enthalten. Unter diesem Video hier werde ich das Anmeldeformular verlinken. Einfach öffnen, ausfüllen, an mich schicken an smart-tischtennis-at-gmx.de, smart mit zwei T und dann werde ich mich bei euch zurückmelden. Die Lehrgangsgebühr beträgt 149 Euro. Alle Infos findest du auch noch mal kompakt zusammengefasst auf dem Lehrgangsplakat. Falls du da irgendwelche Fragen hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare oder schreib mir eine private Nachricht oder eine E-Mail an smart-tischtennis-at-gmx.de. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch auch mal wirklich in live kennenlernen darf und beim Lehrgang begrüßen darf. Ich freue mich auf jeden Fall. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.